Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22 auf der Oldstream Farm. Ich habe jetzt in den Gewächshäusern komplett das Wasser aufgefüllt und würde mit euch natürlich die erstmal in Betrieb nehmen wollen. So, ich denke, ich werde auf jeden Fall erstmal nur Salate machen, oder? Ja. So, Salate. Aktivieren. 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 So, und ich möchte die natürlich auch alle behalten. Genau. Ist auch alles richtig eingestellt, ne? Genau. Super. Perfekt. Dann können die nämlich jetzt schön produzieren. Genau. Super. Das soll jetzt auch nicht bei vier bleiben, ne? Ich möchte auf jeden Fall hier auch nochmal vier haben. Also, ne? Da kommt noch einiges hinzu. Aber das alles nach und nach. So, und jetzt möchte ich ganz gerne mit euch erstmal nicht den Stall machen, sondern mal langsam zu dem Auftrag fahren. So, hier haben wir diesen Krone. Grasenmeer. Oh, ich finde den so cool. Was ich nicht hier alles habe. Presse. Leute, ich habe keine Ahnung. Gut. Okay. Also, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das wäre mal die nächste Frage. Nein, das ist mein Dingskalender. Ähm, hier. Bein pressen. Und zwar auf Feld 38. So, wo haben wir denn Feld 38? Ähm, wir sind jetzt hier. Ach, Feld 38 ist da unten. Geradeaus und dann nach rechts, ja? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Keine Ahnung. Gut, dann fahren wir jetzt mal gemeinsam hin. Geradeaus und dann rechts. Okay. Hallo, Ente? Wow. Was für ein Geschlenker. Was für ein Geschlenker. So, ich bring schon mal los. Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt auch gerade nicht wirklich auf die Karte. Auch guckt euch mal die schöne Brücke an. Also, das hat hier auch einen französischen Hauch, ne? Wartet mal, ich werde mal kurz stehen. Ich mache mal kurz die große Karte an. Also, die Straßen... Wow. Die Straßen sind hier aber wirklich verdammt eng, ne? Also, für große Geräte ist es hier nicht gemacht. Die MAD, glaube ich. So. Jetzt muss ich nach rechts. Hallo, Auto. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Audi, bleib mal lockerflockig, ne? Hier muss ich hin, oder? Ja, das ist das Feld hier. Alles klar. Alles klar. So, wartet mal. Dann werde ich mal hier kurz... So, dann würde ich das ganz gerne natürlich mit Cosplay machen. Also, Cosplay. Ähm... Bin ich jetzt irgendwie blöd? Job erstellen. Natürlich. Habe ich gerade nicht gesehen. Ups. So. Feldarbeit auf jeden Fall. So, Zielposition. Mache ich jetzt einfach da hin. So. Erster Wegepunkt, genau. Bahn Mitte. Öffne Dingsen. Genau. Arbeitsbreite. 10 Meter haut bestimmt hin. Vorgewende auf jeden Fall. Mache ich mal zwei, ne? Starte auf Vorgewende. Ähm... Mache ich mal hart, glaube... Oder scharf. Gegen den Uhrzeiger sind. Überlappung 7%. Klingt gut. Feldmitte hoch runter. Okay. Ähm... Hier mache ich jetzt mal 0,4. Oh, war ja. 0,4. So. Generiere Feldkurs. Schließe das Ganze. So, wartet mal. Nur Start und Ende aktiviert. Von mir bekommen die Helfer kein Geld. Grabstoff Minimum. Zustand Minimum. Okay. Spieler Maus Blah. Ja. Was haben wir hier noch? Stopp am Endpunkt. Kraftstoff Sparmosus ist aktiviert. Okay. Hood mit Maus öffnen. Ja. Okay. Pathfinder darf rückwärts fahren. Ist aktiviert. Einklappen. Gerät anheben. Spät. Gerät absenken. Früh. Wendemanöver. Mhm. Fahrzeugdebug. Wo warnt es nochmal, dass das die Helfer nur auf dem Feld wenden. War das nicht hier irgendwo? Spieler Maus. Feldrand. Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Gut. Ich speichere das jetzt erstmal. So, und dann. Genau, also das Fenster hier für Curseplay, das wurde ich auch schon in den Kommentaren gefragt, weil das viele nicht haben im Bildschirm. Es ist so, ihr müsst halt im Gerät drinstehen, äh, drin sitzen und dann einfach mit der rechten Maustaste, ähm, wird es aktiviert, ne? Genau. So, jetzt könnt ihr auch nichts drehen und wenden. Also ihr könnt jetzt das Bild nicht drehen. Also müsst ihr jetzt nochmal mit der rechten Maustaste wieder drauf drücken auf dem Bildschirm und dann könnt ihr wieder das Bild drehen, ne? Nur so für die Leute, die es halt noch nicht wussten. Und wenn ihr wieder mit der rechten Maustaste drückt, dann könnt ihr halt dann wieder navigieren, aber könnt dann auch wieder das Bild nicht drehen, ne? Also die Ansicht nicht. Müsst ihr wieder mit rechts drücken. Genau. So läuft das. Jetzt weiß ich allerdings aber nicht, wo ich mein, ähm, na sag schon, wie heißt denn das? Äh, mein Autodrive-Dings hab. Fenster. Gut, ist jetzt auch erstmal nicht schlimm. Ich sollte auf jeden Fall Warte mal. Ballenpresse. Das ist aber auch ein riesiges Teil, oder? Von Case. Nobel geht die Welt zugrunde. So. Dann nehmen wir den Fendt jetzt. Wartet mal. Was steht denn da jetzt noch alles? Also das ist doch jetzt hier der Wender, ne? Was ist das denn hier für ein Teil? Habe ich das irgendwo bei mir gemietete Geräte drin? Oh, guck mal. Oh nein, ehrlich. Ist das ein Ladewagen? Der ist um die Hälfte billiger, Leute. Ist das jetzt ein Ladewagen? Also gemietete Geräte ist jetzt hier da nicht drin, ne? Was bist du? Ah, du bist doch ein Schwaddings, ne? Äh. Oh, ich hänge hier fest. Ja, ja. Wartet mal. Dann muss ich es doch anders machen. Dann muss ich zuerst die Sachen mitnehmen würde ich jetzt... Oha. Ach, shit. Fanny, das war zu doll. Du musst mal ruhiger werden. So. Einmal. Und weil es so schön ist, nehme ich jetzt den Fendt. Also das ist doch hier so ein Schwadding, oder? Also womit man die Schwadablage macht. Gut. Ist jetzt auch nicht weiter wild. Ähm. So, und jetzt werde ich das auch mit dem Helfer mal da hinfahren, auf jeden Fall. Äh. Job erstellen. Freie Fahrt. Genau. Und du fährst mal bitte... Erstmal hier hin. Job starten. Verlosen. Alles klar. So, und ich werde ihm schon jetzt einfach folgen. So machen wir das. So, und nicht anders. Ach, jetzt guck mal, der fährt hier lang. Wie interessant. Jetzt lerne ich die Karte kennen durch den Helfer. Oh. Bin ich mal gespannt, wo der lang fährt. Ich folge den einfach mal. Ist doch very interessant. Junge, ist das normal, was du da treibst? Oder? Na toll, und ich bleib hängen, oder was? Ach, hört doch auf. Ja, natürlich. Und ich setze mich hier über. Oh nein. Hilfe. Ist das jetzt echt... Leute, warum muss mir immer sowas passieren? Ich habe die Bank echt nicht gesehen, ne? Ah, ich kriege eine Krise. Kann ich jetzt das Fahrzeug irgendwie wieder zurücksetzen? Ähm. Ja, also ich bin hier. Wartet mal. Zurücksetzen. Ja. Verdammt. Oh nein. Wartet, kann ich das auch zurücksetzen? Okay. Habe ich meinen starken Bauern zufällig? Moment. Habe ich. Oh, und ich wollte den so gerne folgen. Kann ich mal jetzt hier irgendwie... Oh, jetzt hänge ich hier fest. Es läuft, meine Lieben. Es läuft. Na, das ist... Absolut genial, was ich hier wieder treibe. So. Der ist gleich da, ne? Und was ist mit dir los? Du hängst jetzt hier auch fest, oder wie? Alles muss man hier alleine machen. So. Also nochmal. Jetzt muss ich erstmal das Gerät abholen. Also irgendwie ist es... Ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, ne? Das ist tatsächlich mein Lehm, ja? Ich mache genau dasselbe wie die anderen auch, aber ich bin diejenige, die immer auf die Nase fällt. Immer. Warum ist das so? Ich meine, was habe ich auf dieser Welt verbrochen, dass ich so ein Pech immer habe? Aber wer steht denn hier auf eine Bank hin? So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er lang gefahren ist. So. So. Okay. Also wenn ich jetzt mal wüsste, wo der lang gefahren ist. Oh, man sieht nichts, ne? Ich sollte vielleicht auch mal die Ansicht wechseln. Ja. Dann sehe ich auch, wo ich hinfahre. Fuck. Oh, nee, oder? Moment. Moment. Ah, die Straßen sind aber auch echt eng. Schade, ich hätte den gerne begleitet. Wow. So, jetzt einmal um die Kurve. Ist ja echt ein Wahnsinn, dass es der Helfer hier geschafft hat mit dem, mit dem, mit der Maschine hinten dran. So, gleich haben wir es. So, gleich haben wir es. Gleich sind wir da, meine Lieben. Gleich haben wir es geschafft. So, da sind sie schon. Oh, ich habe, glaube ich, einen Staub verursacht. Wartet mal. Ich stelle mich mal so hin. So, komm mal hier rüber. So, ich werde einfach mal aus dem Weg gehen erst mal. So. Dann können nämlich die Autos dann vorbei, ne? Und du hängst wieder, ne? Ach ja. Wartet mal, ich sehe nichts. Ach, da ist auch noch ein Baum. Alles klar. So. Dann mach mal weiter. Oder mach auch nicht weiter. Oder mach auch nicht weiter. Boah, Leute. Ja, natürlich. Ich könnte es natürlich auch einklappen, ne? Aber ich bin jetzt irgendwie zu faul. So. Jetzt werde ich einfach den da hinstellen. So. Und jetzt mach mal bitte deine Aufgabe weiter, ja? Perfekt. Alles muss man hier im Auge behalten. Nicht zu fassen. Aber das Gerät ist schon echt cool. Hab ich dich gesagt scharf? Ich glaube schon, oder? Ich hatte doch gesagt scharf. Was macht er da? Ach ja, so ist das. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge für heute, meine Lieben. Ihr habt jetzt alles gesehen, ne? Wie ich auf eine Bank aufgefahren bin. Wie mein Helfer hier den Rasen mäht mit dieser tollen Maschine. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Wender und mit dem Schwader. Ich denke mal, das ist ein Schwader. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Aber sollte auch kein Problem sein. Das finden wir auf jeden Fall heraus. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Däumchen und auch für eure Kommentare, meine Lieben. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020